Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man auf realistischere Weise in Minecraft Tränke brauen kann. Ihr kennt ja den, äh, hier haben wir dann hier den Brewing Stand zum Brauen von Tränken und das ist ja ein bisschen öde, wenn man da nur die Ressourcen reintun soll. Es gibt eine Möglichkeit, wie man das cooler machen kann, mit Kesseln und Effekten und allem möglichen, das zeige ich euch gleich mal. Legen wir auch schon los, äh, kleine Sachen noch, falls du noch auf einem Kanal bist. Hi, ich bin der Sparky, würde mich freuen, wenn du nicht vergisst, den Kanal zu abonnieren, weil bei mir gibt es immer jede Menge Zeug rund um Minecraft, äh, regelmäßige Serien oder auch solche kleinen Zwischenvideos, Faktenvideos, Snapshot-Update-Videos, alles, was man wissen muss. Daher, nicht vergessen, äh, wenn du hier bist, ist der Kanal genau das Richtige für dich. So, und jetzt legen wir auch schon los. Ich zeige mal, was mit dem realistischen Brauen gemeint ist. Okay, ähm, der Kessel hat ja aktuell keine wirkliche Funktion, der Cauldron. Der steht einfach nur doof rum, da kannst du Wasser reinmachen, kannst du auch eigentlich gleich die Flaschen direkt, äh, in einer Wasserquelle aufladen. Du brauchst dafür nicht unbedingt einen Kessel. Ja, und, äh, wir machen es aber etwas Besonderes, nämlich, wir, äh, haben hier eine etwas interessantere Mechanik am Start. Ich werde am Ende erzählen, wie das grob funktioniert, wo das her ist und wie ihr es ebenfalls machen könnt. Ähm, deswegen bleibt da dran. Tada! Man muss nämlich Magma-Blöcke unter den Kessel setzen, auf einmal fängt da Wasser an zu kokeln. So, kurz Water. Und das tue ich ebenfalls mal da rein. Und es dauert nicht lang, dann fängt das Wasser in dem Kessel an zu kochen, weil er angeheizt wird durch den Magma-Block. Ihr seht auch schon kleine Feuerpartikel, die kommen da unten rausgeströmt. Und gleich sollte das Wasser so langsam blubbern. Ah, da blubbert es auch schon. Wir haben jetzt auf einmal vor uns kochendes Wasser. So, und das Interessante ist jetzt, wenn wir hier unsere Zutaten nehmen, nämlich Netherwarzen brauchen wir in der Regel, dann, äh, ja, könnten wir, was nehmen wir da einfach mal am besten? Irgendwas, ähm, für die Heiltränke kann man ja, ähm, Glistering Melon müsste man nehmen können. Plus im Anschluss würde ich noch, ähm, Redstone oder ich sag mal Gunpowder zu nehmen, um so zu Splashdrängen zu machen. So, und wenn wir jetzt hier, ähm, Sachen nacheinander reinwerfen, das heißt, erst die Netherwarze, dann dauert es kurz. Ah, es brodelt, es brodelt, es brodelt. Und wir haben den Trank, ah, bearbeitet, schaut mal. Jetzt hat er eine schöne lilane Farbe. Wir haben unseren Awkward Potion jetzt im Kessel sozusagen drin. Das ist doch mal nett. Und jetzt werfen wir kurz die nächste Zutat hinterher, nämlich die Glistering Melon. Einmal reingeworfen, jetzt brodelt der und brodelt der und kocht und kocht und kocht und kocht. Ah, dauert einen ganz kurzen Moment und hoffentlich passiert gleich wieder was. Ah, er ist in der entsprechenden Farbe geworden. Wir haben jetzt einen Heiltränk gemacht und die Heiltränke, wir haben ja hier im Inventar auch diese helle rot-pinke Farbe so ein bisschen. Ist nicht wirklich rot, ist nicht wirklich pink, ist nicht wirklich so ein Mix dazwischen. So röt-pinkliche Farbe ist das und dies ist jetzt ebenfalls auch im Kessel drin. So, und wenn wir da jetzt theoretisch hingehen würden, dann kann ich mal ganz kurz hier und mit einer leeren Glass-Bottle gehen wir da mal hin und wir zippen da mal ein bisschen dran. Dann haben wir natürlich beim Creative-Mode sind nicht das richtig hingekriegt. Game-Mode. Survival. So, einmal rechtsklick, zack, zack. Und jetzt hat es funktioniert, jetzt haben wir hier Potions of Healing bekommen. Es hat wunderbar funktioniert und das ist doch mal ein schönes Ding. Ähm, es gibt noch ein paar andere Twists dazu. Zunächst mal, wenn ich hier, ähm, also ich kann da gerne werfen neu brauen. Ich kann jedes, jedes Trankrezept aus Minecraft Vanilla, was ihr kennt, hier auf diese Art und Weise nachbrauen. Es müssen keine Heiltränke sein, es können noch Giftränke sein oder Jumboos-Tränke, Potions of Harming und so weiter und so fort. Jetzt haben wir was, was nicht funktioniert. Zunächst mal, ich mache hier wieder ein Awkward Potion. Ich ruiniere den Trank jetzt. Ich werfe etwas rein, was dort nichts drin zu suchen hat. Zunächst mal, das ist der Awkward Potion. Dann gebe ich hier die Melonen hinterher. Und dann werfe ich mal eine andere Zutat hinterher, zum Beispiel ein fermented Spidei oder so. Weil das hat ja darin gar nichts verloren letzten Endes. So, und ich werfe das eben mal rein. Ach so, warte, vielleicht soll ich mal ein bisschen mehr holen, damit ich die nochmal verwenden kann zur Not. Achtung, hier kommt die Zutat. So, braut, braut, braut. Braut weiter. Geching. Boah, ruiniert. Jetzt habe ich ein ekelhaftes Süppchen hier. Was denn hier passiert? Gucke ich mal kurz in Survival Mode, wenn man die so rausnehmen kann. Ich ziehe mir was eben. Und ich habe ein Potion of Harming rausgesammelt. Interessant, dass das funktioniert hat. Normalerweise ruiniert man damit die Tränke und man kriegt einen Mundane Potion. Vielleicht habe ich gerade irgendeine besondere Kombination gerissen. Ein Mundane Potion, der landet da drin, weil es einen ruinierter Trang letzten Endes ist. Jetzt habe ich hier mal beispielsweise einen Kessel reingeworfen, einfach ein anderes Item. Was ist keine Tränke? Ich wundere das gar nicht, dass das funktioniert hat. Aber hier sehen jetzt hier dunkle Partikel. Jetzt habe ich hier so schmutziges Wasser am Start. So, lass mal hier gucken. Da, Mundane Potion. No Effects. Das meinte ich. Kannst du trinken, kein Effekt, sondern einfach nur geht weg. Interessant, dass der dann richtig schwarz ist. Also, mit falschen Zutaten kannst du es ruinieren, aber entscheidend habe ich es geschafft. Vielleicht war es doch ein richtiges Rezept oder so. Ich habe gerade ein bisschen... Ich kenne die ganzen Brauchrezepte nicht auswendig. Ich habe gedacht, ich werfe einfach irgendwas hinterher. Aber in Ferment 2 der Ei kannst du ja Potions of Harming machen, weil das halt diese bösen Effektdinger sind. So, als nächstes, falls du da auch bereits einen Trank drinnen hast, dann kannst du den mit einer Chorus Fruit zurücksetzen. Äh, Chorus Fruit. Lass mal ganz kurz hier erstmal ein bisschen brubbeln. Muss erst heiß werden. Ja, soweit es gehen. Dann, ähm, das Item lag schon drin. Dauert wahrscheinlich kurz. Dann wird es wieder zum Trank. Aber ich mache nochmal hier einen Plötzigen Melan hinterher. Und jetzt werfe ich mal eine Chorus Fruit rein. Sekunde. Düm, 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 düm. Jetzt müsst ihr euch Farschle Musik vorstellen. So, und jetzt Chorus Fruit rein. Brau, 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 brau. Come on. Let's go. Dauert ja nicht so lang. Und wir haben alle Effekte rückgängig gemacht. Äh, gemacht, gemacht. Rückgängig gemacht. Und wir haben wieder Wasser, was wir vorhatten. Wir haben also einmal gecleart, sind die Effekte. Gut. Nächste Geschichte. Was nicht funktioniert, ist Getränke klonen. Noch kurz Time Set. Day. Und zwar, man könnte sich ja jetzt denken, okay, ich mache mir wieder einen Heiltrank. Folgendes. Mache wieder einen Heiltrank. Ja, und auch wieder ganz kurz. Und dann gehe ich auch wieder in den Game Mode. Äh, Survival. So. Jetzt hole ich mir ein bisschen was raus und auch nochmal raus. Und jetzt könnte ich doch eigentlich nachfüllen. Ja, sag ich jetzt mal. Äh, indem ich einfach hier ein bisschen Wasser reinmache. Geht nicht. Ich kann nicht heimlich den Kessel auffüllen, wenn dann noch ein gewisser Trank drin ist, um sozusagen, wenn ich jetzt auffülle, dann ist der Trank ja wieder voll. Dann kann ich ja wieder zwei rausnehmen. Nein, das geht nicht. Es geht nicht unlimitiert. Und das ist doch, ah, schön. Hänge ich hier gerade übrigens mit der, ja, der Eimer hängt im Kessel von außen durch. Ja. Klappt so nicht. Und ich kann höchstens wieder rausnehmen. Das ist doch mal eine realistische Art und Weise, wie man brauen kann. Falls man einen Kessel feststecken sollte und er nicht anfängt zu köcheln, einfach Kessel abbauen, nochmal neu sitzen und dann sollte er nach ganz kurzer Zeit wieder anfangen, hier zu kokeln. Dann kommen wir aber noch zu einer weiteren Sache. Und zwar, der normale Braustand wird dadurch nicht nutzlos. Ich kann mal ganz kurz hier auch einen Blaze Powder holen, um den ein bisschen zu bepowern. Nämlich, ähm, also zunächst mal im Braustand kann man, keine Tränke mehr brauen. Ich tue mal hier kurz, äh, Ach, Blaze Powder brauche ich ja keine Blaze Rots. Äh, Blaze Powder. Ich tue hier mal ein bisschen was rein. Ach Gott, was ist nicht wieder passiert. So. Und zwar, ähm, so, plupp. Hier ist jetzt der Treibstoff drin. Und mal angenommen, ich wünschte jetzt ein Potion of Healing, habe ich ja hier drin. Und würde den verlängern wollen mit einem Redstone oder so. Redstone, zack, haben wir hier. Schmeiße ich mal eben rein eins. Dann passen wir genau auf. Das Ding brutzelt vor sich her. Und nichts passiert. Macht er nicht. Will er nicht. Ich kann die Tränke nicht mehr nicht bearbeiten. Außerdem, die einzige Sache, wofür dieser Braustand noch gut ist, ist, um Splash Potions zu machen. Weil Splash Potions kann man nicht durch den Kessel irgendwie hinkriegen. Also, ich weiß nicht. Warum es eigentlich so eine grobe Unterscheidung zu so einem Splash Potion gibt. Die sieht ja ähnlich aus. Obwohl, ja, das sieht ein bisschen so aus, als wenn da so, wie so eine Handgranate. Weißt du, so ein Zünder oben dran. Das machst du auf und dann werfen, ne? Also, ja. Also, für Splash Potions brauchen wir noch den Brewing Stand. Für alles andere, ja, bräuchte man hier sowas. Und Redstone funktioniert nicht. Oder ich glaub, wenn man auch eine falsche Zutat irgendwie reinlegt. Geht auch nicht. Also gut, wird sowieso nicht gehen. Du kannst doch keinen Netherwarzen reinlegen und die Awkward Potions machen. Der normale Braustand ist komplett disabled. Ja, gut. Fand ich irgendwie interessant, sodass es nicht ganz nützlos ist, aber trotzdem. Ja, äh, fände ich eigentlich cool. Also, das müsste man mal in Minecraft machen. Ich glaub, ganz ursprünglich, als die Tränke eingeführt wurden, war es auch so, dass die im Kessel gebraut wurden. Hatten sie dann geändert. Und jetzt ist es eine coole Möglichkeit, das wieder so zurückzudrehen. Und der Braustand ist halt so ein Ding für sich. Gut, ähm, jetzt die Frage. Wie funktioniert das? Wie passiert das? Wie geht das? Das, ähm, Datapack. Datapack List enabled. Ich hab ein Beta-Potions-Startup-Pack installiert. Den Link dazu werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Könnt ihr euch gerne selbst mal anschauen und ziehen. Gibt's auf Planet Minecraft. Und zusätzlich dazu gibt es in den Resource-Packs ein Resource-Pack, was da oben drauf gedonnert wurde. Gemacht ist, das sehe ich auch hier gerade den Namen. Ich kann mir immer die Namen nicht merken. Von Brongast014. Und, äh, ja, schaut bei dem Typen vorbei. Ich denk mal, der hat ein paar andere Sachen am Start. Und ich fand das Resource-Pack halt, also das Startup-Pack halt richtig cool. Und wollt's euch mal vorstellen. Okay. Genug gelabert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, das Gachen. Und tschüss. Bis dann, 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 bis dann Bis zum nächsten Mal.